Hallo Janine, du bist im Ref. Weißt du, was ein Referendar ist oder eine Referendarin, lieber Vincent? Weißt du? Nee? Referendar? Du wurdest mit Sicherheit, Janine, wie erklären wir es? Also du wurdest mit Sicherheit schon mal von einer Referendarin oder einem Referendar unterrichtet. Mit Sicherheit. Du erkennst es immer da dran, du erkennst es immer da dran, wenn der Unterricht richtig gut vorbereitet ist. Daran erkennst du es, verstehst du? Wenn du so denkst, boah, das macht ja alles Sinn, Referendarin. Verstehst du? Also das macht ja auch richtig gut geplant, Referendar. Das macht ja total Spaß, Referendar. Wenn die Blätter gelocht sind, Referendar. Wenn du das Tafelbild lesen kannst, Referendar oder Referendarin. Daran erkennst du es immer. Wenn nur am Ende der Stunde nach deinem Feedback gefragt wird, Referendar. Weißt du? Was normalerweise kein Schwein interessiert, aber dann ist es ein Referendar. Verstehst du? Dann ist es ein Referendar. Das ist total unter der Hand, kannst du es immer merken. Wenn bei Kafkas Verwandlung der Lehrer als Käfer in den Unterricht reinkommt, ge characteristics. Verstehst du, zuletzt ist es wieder dir. Ich bedankte mich. Verstehst du wirklich auf das Schneummusikus?